ich sehe dich 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 ich alles auch sonst bin ich nicht der schlauster Alter, ich Ich hab dich gesehen, wo bist du? Hör doch mal, ich steh ihn jetzt hier Oh, Alter, ich Stirb Hat wird der Gold So, einmal rein Einmal rein Der ist auch nachgeladen Der ist auch nachgeladen Er ist auf jeden Fall Und zur Bank Jetzt kommen wir zum Witz Jeder denkt bestimmt so Ah Nova, du baust doch bestimmt jetzt alles In deinen, na sag schnell In deine schönen Waffen ein, aber falsch gedacht Stasi-Modul Dauer Damit sind ihre Daumen zwei Punkte erhöht Egal, machen wir So Alle sind Stasi Ihr denkt euch jetzt bestimmt so Aber Nova, warum denn nur? Du benutzt doch nie Stasi Du voll Depp, aber Ist das ekelhaft immer noch Pass auf Es wird der Moment kommen Da wird euch Erleuchtung Ach nööö Ach nööö Ich will nicht Ich will nicht hier sein Ich will das echt nicht Ha Klaut So, wer will den ersten abbekommen Hallo Wer will den ersten abbekommen, hä? 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 Komm Komm Traut euch Traut euch Jeder weiß Also das ist jetzt nicht mal irgendwie Jeder weiß, was jetzt auf mich zukommt Ja, ich gebe zu Ich gebe zu Okay, doch nicht Ich will doch nicht erst abbekommen Oh, tschüss Tschüss Na, na, na Komm Komm, komm Oh, tschüss Hä? Schieß Yeah Nimm mit Was los? Hab ich eure Brüder gegrillt? Kommt raus, ihr Feiglinge Sagt ihr Und versteckt sich in der Ecke Mit weg Bist du ein bisschen weit weg, ne? Na komm Na komm Schreibt beiseite Und gequillt Verpiss dich Alter, hat er mich noch erwischt Alter, will ich mich verarschen? Oh Nachladen So, will noch einer? Ich bin gerade in Stimmung Yeah, schon ging's Kniebein Kniebein, Alter Schienbein Ab, komm Du kriegst doch den letzten ab Voll ins Gesicht, Alter Voll angenagelt Keine Ich meine Oh, wie verwerflich Na, hast du jetzt nicht mal so eine große Fresse, ne? Genau Ich habe auch keine Midi-Backs mehr Oh Gott Äh, kann ich ja knapp Okay Okay Das kluge Leute nur die Geräusche sehen Das bezweifle ich aber stark Ja, genau, so passt das Ich habe in der Schule nie aufgepasst Jetzt Hallo Der atmet nicht Der atmet So, atmet hier noch was? Ich darf nichts atmen Speicherpunkt Irgendwas anderes Und Lass doch einfach Midi-Packs oder Credits Ist in Ordnung Ich komme voll gut klar mit Credits Davon kann ich mir ja Sehr viele Midi-Packs holen Wie jeder weiß Kostet ja nicht viel 5000 mittleres 10.000 großes Kann ich mir ganze Energieknoten von holen Ja Was ist das? Ich kann es in meinen Kopf spüren Wir kommen näher Na, dass ich mich gräne Ich weiß nicht, was ich tun soll Wenn die Zeit reif ist, willst du es kichst Wenn die Zeit reif ist Ich gebe dir gleich, wenn die Zeit reif ist Ähm Oh nö Ich habe die Stelle schon verdrängt Oh, die ganzen Babys Guck mal her Gib mir einen Muni Ich brauche nicht Eins Hier war noch eins Hier war noch mehr Zwei, drei Vier Verschwinde Oh, du krechst Alter, legt der mir noch? Geh mal kaputt hier Du näherst Starts back, geil War da was, was ich gebrauchen könnte? G-Wonimo Da war was, da war was Geh kaputt, 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 geh, geh kaputt, geh, geh kaputt, geh, geh kaputt, geh, 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 ziehen. Beste Droge kenne ich nicht. Manche setzen sich Samstagabend hin um eine zu ziehen oder eine Bahn zu ziehen oder irgendwas und ich mir die Packs. Boah der war knapp. Hi lauf 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 one one one. Der war viel bleibt. Bisschen laut ist gerade ein bisschen spät hier. Oder früh. Es kommt auf die Sichtweise des Betrachters an. Okay. Okay. Schaffen wir es? Let's have one. Let's have one. Let's have one. Und jetzt. Ich bin hängen geblieben. Und im Spiel auch. Alter wo zielt er denn hin am Anfang? Du brauchst gar nicht versuchen. Du auch. Einmal getrampten. Alter gedreht. Ha ha ha. Nicht mit mir. Du schnabeltier. Ah. Endlich mal was was ich nicht brauche. Suche Projektile. Das Spiel ist ja so abwechslungsreich. Boah alter ich dachte ich kann da mitten in die Gläser rein. Das nehme ich auch noch mit. Impulsprojektive. Nice one. Wie viel habe ich jetzt hier? Oh boah alter. Meine Moni will es wünschen übrig du da. Also ich hätte gegen einen Job echt nichts einzuwenden. War der Laser online? Nicht mehr. Ho ho. Hier war doch irgendwas. Hä? Okay dann. Dann nicht. Hä? Hier war doch irgendwas. Einmal gucken. Lagt der da schon doch... drauf? Du hast keine Moni oder so. Irgendwas war. Du musst deine Chinese wieder an Ordnung und Stelle bringen. Helf. Ja boah! Ah. Komm schon. Erst auf jetzt. Da hat ein Millimeter gefehlt. Entschuldigung, Sir. Und. Ja ich. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ich lebe. Wenn du meine Chinese bist, bin müde. Wenn du mein Stase bist, bin durstig. Wenn du mein Gegner bist, all das tue ich nur für dich. Hä? Da! Ach, noch einer. Na, pull, pull, pull. Vielleicht brauchst du nicht gleich den Kopf verlieren. Wo kann wer denn hier? Misty. Warte, da muss ich, glaube ich, hin. Hier hol ich mir noch ein paar Harpungen-Geschosse. Und hier ist das schlossen. Warum? Test-Area. Ah, ich verstehe. Das ist bestimmt hier so ein Trainings-Ding. Das kann man allerdings nur machen, wahrscheinlich, wenn man... ...schon einmal durchgespielt hat, oder? Könnt ihr mir bitte einen logischen Grund nennen, da jetzt reinzugehen? Oh, ja, klar. Ja. Ach, jetzt haben die Muni. Verstehe das eine. Muni. Keine Muni. Da bin ich aber enttäuscht. Muni, die ich nicht brauche. Strahlenmunition. Muni. Muni. Keine Muni. Keine Muni, aber breite Beine. Ja, das... Oh, Muni. Haben euch die Polizeischilder echt viel gebracht? Ja. Ich bin voll stolz auf euch. Weißt du, ich bin einfach ein Mechaniker und komme hier durch. Und ihr habt einfach keine Chance. Das verstehe ich eh nicht. So ein Mechaniker fickt einfach alles weg, weißt du? Och, nö. Ich hasse diese Stelle. Ich hasse diese Stelle echt. Hat das noch jemanden? Zählt nicht. Alter, ja, kommen gleich 50 an. Oh, ja, jetzt geht's. Okay, danke. Danke für nichts. Ja, klar. Oh, der verkehrt. Reflexe, wie ein Gott. Au. Ich seh mein linkswald nicht. Oh, jetzt seh ich ihn. Das hat mir doch ein besser gefallen, als ich ihn nicht gesehen habe. Oh, Alter. Ja, übertreib! Oh. 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 Ich muss gar nicht versuchen. Oh. Alter, ich. Hass euch. Ringvieche. Geh weg, geh weg. Oh, der war knapp. Oh, ja, klar. Oh, nice. Tschüss. Echt. Alter, den hab ich nicht mal gesehen, Junge. Verbrenne, du Hubel. Klapp. Pier doch einfach. Medipack. Alter, ich hasse es. Übertreib doch nicht so mit den Gegnern, Junge. Das macht das Spiel nicht spaßiger oder schwieriger. Das macht das Spiel einfach nur asozial. Nee, die Pack, Alter. Ich hab... Da, da kommen immer noch welche. Ja. Okay. Meine Money lässt sich im Spiel übrig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß auch gar nicht, hab ich jetzt das meiste schon aufgesammelt? Nee, hier haben wir noch was. Und, okay. Dann gehen wir eine Etage runter und machen das ganze Spielchen nochmal. Mal. Hier, fang. Und das hängst du. Leer. 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 Mein Gott. Das und das und das und das. So, hier ist leer. Da haben wir zwei, Alter. Ich kann heulen. Ich hab keine Money. Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch hier... einen Job. Bitte. Stase Pack. Oder ich brauch alle mit Stase voll. So, tschüss. Ja. Hier. Kannst du behalten. Hi, Dinge. Äh. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So. 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 Alles aufgesammelt. Och, verpiss dich. Bitte. Ich muss nicht unten bleiben. So. Okay. Nieste. Wie gesagt, das beste ist an dem Game jetzt, dass ich so beim dritten Mal spiele. Ich hab einfach keine Erwartung. Bloß ich habe Angst, dass halt dann nur halb so lustig wird oder irgendwas. Aber ich hatte auch beim zweiten Durchgang extrem lustige Zehen. Deswegen... Das erste war für mich einfach nur frustrierend. Aber jetzt ist momentan noch so... Äh? Die übertreiben auch megamäßig mit der... Mit der Anzahl der Gegner. Ist total unnötig. Total. Total unnötig. Ich höre ein Baby. Hast du... Keine Muni für mich? Okay. Genau das wollte ich sagen. Hast du keine Muni für mich? Komm mal hier. Komm mal hier. Zeig mal ab. Okay, oder nicht? Ja. Was ist das? Das ist besser. Ja, Credits. Okay. Und das kommt hier? Ja, ja, ja. Okay, auch Credits. Okay. Hier ist irgendwas. Audio. Okay. Ja, ihr seid alle auf dieses Raumschiff gegangen. Da bist du ja. Ich hab dich schon erwartet, Kleiner. Warum so langsam unterwegs, hä? Warum so langsam unterwegs, hä? Du musst gar nicht versuchen hier. Es ist noch ein. Komm, ein Arm ist ab. Nächster Arm ist ab. Schau, Baby. Schau. Ich hab Bock mehr gegen dich. Das war jetzt ein bisschen zu hohe, doch. Ich hab mir erst mal was da so. Da hab ich zum Beispiel hier geschraubt und alles. Und dann, er kommt ja schon, wenn ich da hingehe. Aber ich war schon hier bei. Und dann hat er mich überrumpelt. Äh, ich, äh, da. Okay. 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 Haben wir. Mein Lieblings-Minigame. Das ist mein Stase wieder aufgeladen. Das ist mein Stase wieder aufgeladen. Ich bin, 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 ich bin.